Hi Leute und willkommen zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope auf dem wunderschönen Terra Flora. Haben wir die Story eigentlich schon beendet, jetzt müssen wir den ganzen optionalen Kram noch machen und mal hier ein paar Fertigkeitspunkte ausgeben und ich glaube, wir haben auf jedem Held einiges zur Verfügung. Genau, und ich wollte mit Mario mal skillen, dass er in seinem Flug auf die Gegner drauf springen kann. Und danach auch noch weiterfliegen kann. Genau, so, hatten wir hier schon mal ein paar Punkte ausgegeben. Wir haben sogar noch einen goldenen, können wir irgendwo ein Spark Tree freischalten. Sehe ich gerade. Wollten wir etwas ähnliches machen bei der ersten Landung? Stellt Rabbit Peach 5% der Kraft, nein, im Radius von 5 Meter ist jetzt auch nicht so weit, ne? Ja, erhöht die Anzahl der Raserei-Angriffe. Technik. Haben wir soweit alles bis auf die Ultimates quasi ganz oben, die ich aber auch irgendwie gar nicht so geil finde insgesamt. Anzahl der Raserei-Angriffe ist vielleicht noch ganz nett. Oder ich gehe bei ihr tatsächlich mal in den Spark Tree rein. Können wir auch direkt das hier skillen? Ja, ne? Hier ist keine Beschränkung. Leider war es das auch schon. Ja, ich glaube, das nutzt man bei ihr. Wenn man einen Spark einsetzt, dass das im Prinzip eigentlich keinen Punkt verbraucht, heißt das, ne? Ähm, Luigi. Guck mal, bei ihm können wir auch mal den Spark-Slot freischalten von mir aus. Ähm, erhöht die Anzahl der Teamsprünge. Er kann zwei. Genau, er kann sich danach nicht mehr so viel bewegen, von daher ist das wahrscheinlich ganz sinnvoll. Oh, da kann er sich jetzt ein bisschen mehr bewegen. Wie viele Punkte hat er noch? Zwei theoretisch. Ah, ne, ähm. Moment, vielleicht will ich lieber nochmal, dass er noch eine Eisenblickladung mehr kriegt. Erschatte mal zwei, bitte. Haha, jup. Ja. Das skillen wir auf jeden Fall nochmal aus. Dieses Eisenblick fügt mehr Schaden zu. Vielleicht nehmen wir das auch nochmal mit. Und skillen das hier, wenn wir wieder ein, zwei Skillpunkte mehr haben. Nochmal neu. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, kann es jetzt losgehen. Jetzt müssen wir nochmal einen Blick auf die Karte hier werfen. Und mal gucken, was es hier noch so zu tun gibt. Wir befinden uns hier. Guck mal, rechts von uns, hinter dem Baum ist quasi schon ein Spark. Dann würde ich sagen, wir geben uns da mal hin. Wo ist denn dieser Baum, der ja auf der Karte ist? Aber es ist doch nicht der fette Baum, oder? Ich muss mir mein Ziel mal markieren. Das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. So, es ist jetzt quasi genau hinter uns. Ah, doch, es ist wohl der fette Baum. Der ist tatsächlich auch genau hinter uns. Vermute mal, ich kann hier rumlaufen. Und hier wird es dann irgendwo sein, oder? Achso, hier ist, ähm... Das Geheimgebiet von Terra Flora. Ja, ich fürchte, da müssen wir doch noch erst ein paar Münzen für sammeln. Okay, gut, dass wir das schon mal gefunden haben. Ähm... Wir beamen uns mal hier rüber. Und direkt neben uns. Müsste da noch eine Planetenmünze zu haben sein. Ach, der will da bestimmt wieder schnell schafft diese Schleimer von hier fort. Ich habe so viel Gartenarbeit zu legen, aber ich... ...komme wegen der ganzen Schleimer einfach nicht dazu. Könnt ihr drei Schleimer besiegen? Nur weil die sich nicht um Landschaftsgärtnerei scheren, bedeutet das noch lange nicht, dass wir da darunter leiden müssen. Okay, noch so eine Nebenaufgabe. Wo wir so ein paar Random-Mops, genauer genommen, Schleimer erledigen müssen. Hm... Wie kommt man wohl hier rauf? Irgendwo von einer Kanone. Da müssen wir auch noch irgendwie hin. Was haben wir hier? Hyper inaktiv. Ja gut. Ich sage mal so. Wenn wir hier noch Planetenmünzen sammeln wollen, dann müssen wir erstmal irgendwas finden, was wir machen können. Das ist irgendwie gerade gar nicht so einfach. Ist das dann Schleimer? Sind das die Schleimer? Glaube ich schon, oder? Siege Oberlehrer, ne? Aber es waren doch keine Oberlehrer, oder? Die Oberlehrer sahen doch eigentlich anders aus. Das war doch so einer, der da stand, ne? Genau, es müsste schon ein Schleimer-Kampf sein. Auch wenn wir nur als Aufgabe haben, hier die Oberlehrer zu besiegen. Los geht's! Wir machen erstmal den Spark und gucken, ob wir vielleicht nach diesem Spark-Einsatz einen Aktionspunkt zurückbekommen. Nein, bekommen wir nicht. Schade. So. Damit ist er eigentlich schon fast hinüber. Hier der erste Oberlehrer. Der hat auch noch gekrittet. Sehr fein, sehr fein. Ah. Na gut, Mario kann ziemlich lange fliegen. Und Luigi. Luigi kann ihn auch einfach abknallen. So. Er müsste jetzt bis zu drei Eisenblick-Aufladungen haben. Das ist schon mal ganz cool. Ja, ich weiß noch nicht, wo ich mit Mario so hin möchte. Ich glaube, ich bleibe einfach mal hier stehen. Und da dürften die Gegner mal ziehen. Da kriegt das schon das erste Mal ab. Und das zweite Mal. Und damit haben wir auch schon gewonnen, oder? Wir haben zwei Oberlehrer besiegt. Ja, sage ich doch. Eine Sekunde. Weiter geht's. Gut. Haben wir für diese Nebenaufgabe auch schon mal. Eins von drei erledigt. Ne, genau. Bring umherstreifende Schleimer zur Strecke. Aber eigentlich wollte ich, glaube ich, da hinten hin. Oder? Ne, es ist nicht. Wie kommt man denn hier wohl hin? Ach ja, genau. Deswegen wollte ich eigentlich auch eigentlich hier hin, weil ich auf diese Leiter hier wollte. Hier ist zumindest schon mal ein Item. So, hier ist Zeugs, was wir zum Wachsen kriegen können. Ein Topfdeckel-Goomba. Den brauche ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Okay, hier wären wir auch anders hingekommen. Ich finde es hier noch ein bisschen... Achso, hier sind wir jetzt. Ich will eigentlich in diese Richtung. Dann nehmen wir doch einfach mal diese Kanone hier, oder? Aber dann sind wir wieder beim Raumschiff. Oder sehe ich das falsch? Achso, das ist sogar unser Startpunkt da unten. Kommen wir vielleicht vom Raumschiff dahin? Ja. Indem wir hier mal hinter das Raumschiff gehen, oder so. Oder mit der Eisenbahn fahren. Können wir das irgendwie? Hm. Also es ist mir irgendwie hier alles noch ein mittelschweres Rätsel, muss ich sagen. Wir beamen uns mal hier hin und gucken mal... Warum ist es teilweise so schwierig anzuvisieren? Und gucken mal, ob wir von hier irgendwie darüber kommen. Ob wir noch irgendwo eine Pflanze aktivieren können, oder sonst was. Ja, da will ich eigentlich hin. Da sieht man eine Kanone, und ja, auch hier sieht man eine Kanone. Sehr schön. Haben wir, glaube ich, das Rätsel gelöst, wie wir da hinkommen. Endlich. Das hat auch gar nicht lange gedauert. Guck mal, hier kann man auch noch was aktivieren. Ah, da scheint... Ah, da ist wahrscheinlich das Ding, was wir suchen. So, den kann man wegmachen. Achso, guck mal, hier ist noch eine Höhle drin. Ist es doch... Ach, wie witzig. Hier ist das Ding drin, was wir brauchen, um oben den Schalter zu besiegen. Ich war ja schon ein bisschen verwundert, warum da so eine Einbuchtung ist, in die man dann letztendlich doch nicht rein kann. Aber jetzt macht es auf einmal Sinn. Jo. Dann kriegen wir jetzt dieses tolle Item da. Das ist wahrscheinlich irgendein Waffenskin oder so. Unser Beep-O, ja, könnte nach dem Leiternklettern auch mal ein bisschen eher wieder verfügbar sein. Schatzsucher, einfach eine Planetenmünze erhalten. Aufgabe abgeschlossen. Schatzsucher, sehr cool. Planetenmünze Nummer 1. Also ich weiß nicht, Nummer 8 oder so insgesamt hier auf diesem Planeten. Jo, und hier haben wir noch eine Finsterzeit-Pfütze oder Hyper-Inaktiv. Eine Analyse dieser Finsterzeit-Pfütze zeigt eine sehr hohe hektische Aktivität im Inneren. Ah, okay, wir brauchen anscheinend Rabbit Luigi. Und? Hey, du mit deiner ansteckenden Trägheit. Wer ist doch die perfekte Kandidatin, um den Gegner etwas zu besenktigen, oder? Rabbit Rosalina ist eigentlich so cool, ne? Gerade mit diesem Gag, dass sie die Leute quasi zum Einschlafen bringt, ne? Aber mir fehlt ein Team-Member-Spot. Also ich finde, das hätten sie ruhig mal auf vier aufbauen können. Und natürlich auch die Kämpfe entsprechend anpassen können. Naja, meh. Kann ich mitkommen? Ich kann zwar keine anderen Leute runterziehen, aber ich kann mit meiner Zielscheibe mehrere Ziele treffen, weil ich hyperaktiv bin. Der Hyperaktive und die Einschläferne zusammen. Ein Dreamteam. Aber ich glaube, wir müssen eben ein paar Skillpunkte vergeben. Sonst wird das wahrscheinlich nicht viel. Hyper-Inaktiv. Siege 20 Gegner. Ich sehe überhaupt keine Gegner. Na gut, es sind aber relativ normale Gegner, würde ich sagen. Wir müssen jetzt aber tatsächlich bei den beiden nochmal ein paar Punkte vergeben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was er macht. Ich skill mal hier den Tree. Ja, und den. Und ich würde sagen, bei ihr machen wir das eigentlich. Sie hat den Technik-Tree schon komplett durch. Erhöht die Reichweite. Bei ihr haben wir noch einiges an Skillpunkten übrig. So, vergrößert die Reichweite. Können wir noch mehr hier im Schaden? So, dann hat sie ihren Schadenstree quasi ausgeskillt. Ja, sich weiter bewegen zu können ist auch nicht so verkehrt. Und erhöht den Schaden. Ja, haben wir hier auch nochmal ein paar Punkte vergeben. Und dann können wir mal loslegen. Und mal gucken, wie wir das schaffen. Und was hier überhaupt die Schwierigkeit ist. Da bin ich mir noch nicht so... So, wir haben keine Sparks ausgerüstet. Das ist ein bisschen doof. Okay, wir können ihn also direkt ummoschen. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, was hier wirklich die Schwierigkeit ist. Okay, so bricht es halt auch wirklich gut drauf. ZR. Na ja, es sind nicht genug Gegner in Reichweite. Wie viel Kuhlaun hat das denn? Vier Züge. Ja, vier Züge ist lang. Meine Fresse. Und wir haben es glaube ich schon geskillt, dass es ein bisschen weniger Cooldown hat, oder? Komm, wir nähern uns mit Rabbid Luigi mal ein bisschen hier den Gegnern an. Weil er hat ja irgendwie so ein AOE-Geschoss oder sowas, ne? Und das würde ich schon so ein bisschen nutzen wollen. Guck mal, er hat immerhin... Wogegen sind die empfindlich? Gegen Schock. Oh, für Raserei-Angriffe. Und das macht... Windstoß-Super-Effekt. Ja, komm. Oh, ähm... Ich hab das Fass mit zerstört. Das war jetzt gar nicht so gedacht. Guck mal, wie... Okay, wie weit das geht. Das ist auch mal krass, oder? Mist da hinten in die Ecke, ey. Aber jetzt stehe ich natürlich ziemlich kacke hier, zugegebenermaßen. Ja, fast die... Ich glaube, es ist fast die beste Strategie, jetzt mal einen Punkt näher kommen zu lassen. Mit Rabbid Rosalina, die mal eine Runde einzuschmelzen. Oder einzuschläfern. Noch mehr näher rankommen lassen, um dann mit Luigi immer draufzubretzeln, ne? Oder erst mit Luigi draufbrezeln, dann einschläfern. Irgendwie so halt. Aber wir kriegen ja ziemlich viel Schaden ab. Das ist nicht so geil. So, da ist bohren Neue. Na, treffen wir leider weniger, als ich mir erhofft hatte. Hier schon eher. Aber wir müssen... Wie weit kommen wir mit ihr? Weil ich glaube... Wir müssen mal hier zumindest direkt um uns rum mal so ein bisschen was einschläfern, dann. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. So, mach das mal. Ach so, nice. Dieses Fasta haben wir auch noch aktiviert. Das hatte ich auch nicht im Blick. So, jetzt darfst du mal so machen. Ding, ding, ding. Alle einmal schlafen. Die Animationen sind auch so cool. Ach so, ich hätte eher schießen sollen, ne? Ich gehe mal davon aus, sie werden mir da wach, wenn man sie trifft. Deswegen das Einschläfern. Sollte man optimalerweise ganz zum Schluss machen, ne? Ja, kommen wir alle her, meine Freunde. Wo Luigi da natürlich ziemlich offen steht. Rabbit Luigi. Jetzt noch mehr quasi. Das läuft gerade nicht so gut für Rabbit Luigi. Ach, komm, ey. Warum die gehen denn immer alle auf Rabbit Luigi? Und auch nicht mal auf Rabbit Rosalina. Jetzt haben wir hier wieder einige. Da müssen wir jetzt, glaube ich, mit Luigi mal hin. Na gut, da stehen natürlich ziemlich viele Elektroschockfässer, was auch nicht so schlecht ist. Vielleicht gehen wir auch erst da hoch und bringen mal diese Schockfässer zum Explodieren. Ei, 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 ei. Boah, was kommt denn hier alles an, ey? Meine Fresse. Eigentlich will ich da hoch. Glaube ich. Mal gucken, ob das unser Tod sein wird oder nicht. Ah Gott, ey, ich wollte eigentlich viel weiter weg. Na gut. Vielleicht hätte ich mich vorher heilen sollen, weil ich glaube, dieses Fass kriege ich auch mit ab. Ah ja, nee, er lebt so gerade noch. Perfektor. Perfektor. So. Dann springen wir mal hinterher und vielleicht können wir irgendwas mit einem Pau-Block hier noch erledigen. 9 von 20 besiegt. Weil sie geht ja immer nur auf einen. Aber wir haben auch noch Pau-Blocks. Ja, das sieht doch ganz ordentlich aus, oder? Nochmal 3 besiegt, würde ich sagen. Wo das zugegebenermaßen mit dem Fass mal wieder mehr Zufall als alles andere war. So, 12 von 20. Ei, 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 ei. Ich fürchte, dann kommen die jetzt alle und machen das einmal auf Rabbit Peach. Ja, sie müsste sich dann bei Zeiten mal heilen. Aber vielleicht ist es nicht die schlechteste Taktik, ne? Einfach da zu bleiben und die kommen zu lassen. Sämtliche Gegner. Wir stellen uns jetzt einfach an den hintersten Rand von diesem Plateau. Und lassen die einfach weiter kommen. Oder schießen optimalerweise schon von oben drauf. Gießen sich alles schön aneinander rein. Na gut, er hat ein bisschen mehr Bewegungsradius. Hey, da stehen jetzt so viele Gegner. Aber das Problem ist, Luigi braucht mindestens zwei Runden, um die alle wegzubrezelen. Aber gut, wir haben gerade gelernt, ähm, Rabbit Peach kann eventuell ja auch weiterhin, ähm, Pau-Blöcke werfen, ne? Winner. Darf sie noch einen? Ne. Sie muss sich auf jeden Fall mal heilen. Oh ja, ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Super nice, dass das klappt. Das ist für Raserei. Ach guck mal, so kriegen wir den auch noch erledigt. Kann ich ihn auch bei jemand anders anfangen? Aber ich brauche ihn hier erstmal als Sprungplattform. Ja, für diesen Angriff halt. Dann mach das doch schon mal. Guck mal, er ist auch so erledigt. So, ich wollte mich ein bisschen weiter nach hinten aufhalten, mit ihm geht es jetzt gerade nicht. Komm, wir nehmen meine kleine Heilung. Oh, ich habe jetzt gerade noch eine größere genommen. Ich meine, ich habe eine kleinere genommen, oder? Jetzt sag nicht, ich wollte gerade sagen, jetzt sag nicht, er kann von ganz unten hier raufspringen. Ja, ihr könnt von da unten, ihr könnt auch ruhig schießen. Ich glaube, die Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Natürlich, aber jetzt dürfte sie gegen null gehen. Und jetzt stehen hier echt schön viele direkt nebenan da. Also ich werde jetzt gleich versuchen, mit dem Luigi draufzuschießen und mit der Prinzessin noch einen Powerblock hinterherzuschmeißen. Woher wir jetzt auch langsam Besuch hier oben kriegen. Was nicht so cool ist. Wie lang der gegnerische Zug alleine dauert. Unfassbar. Wir müssen mal gucken, dass wir, glaube ich, langsam zum Ende kommen. Sonst wären wir gleich doch irgendwie überrannt, glaube ich. Aber da unten hat er schon einiges Schaden genommen. So ist es ja nicht, ne? Naja, schauen wir mal. Wie lang das hier mittlerweile dauert. Unglaublich. So, wie viel müssen wir denn überhaupt noch? 14 von 20. Ne, ich glaube, die treffe ich von hier eher gar nicht. Kommen wir mit ihr bis zu ihm für den Teamsprung? Ne, weil ich überlege, ob ich danach runtergehe mit ihr und versuche noch ein bisschen was per Powerblock zu erledigen. Ich weiß nur noch nicht, ob das die beste Idee ist, aber wir werden sehen. So, Powerblock. Da geht einer drauf. Hier geht, ah, hier gehen drei drauf. Dann nehmen wir lieber drei. Dann müssen wir nächste Runde noch einen besiegen. Oder jetzt noch einen besiegen. Dann haben wir es eigentlich. Ja, nehmen wir den. Und schon haben wir es geschafft. Okay. Loser. Ja, diese Spezialherausforderungen sind witzig gemacht, ne? Und das, obwohl ich bei ihr keine Sparks ausgerüstet hatte. Aber nichtsdestotrotz hier mal, ähm... Einen halt in die Situation zu bringen, will ich mal viel mit Flächenangriffen, um zu arbeiten. Aber hier ist... Aber das Szenario ist auch speziell, ne? Hier sind einfach so viele Gegner auf einem Haufen, dass das mit den Flächenangriffen auch lohnt, ne? In den meisten normalen, ähm... Szenarien lohnt es sich ja überhaupt nicht. So, ich würde fast vermuten, dass wir hier erstmal fertig sind. Dafür müssen wir erst den Shop besuchen. Das ist noch ein paar Schleimer erledigen. Aber wir bieben uns mal hier. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie wir hier drauf kommen. Ich habe hier, glaube ich, auch irgendwo eine Kanone gesehen. Man kann sich bestimmt auch von hier hier rüberschießen oder so. So, vielleicht ergibt es sich ja, wenn wir automatisch über diesen Planetenmünzen danach gehen. Aber ich würde sagen, hier rennt jetzt wahrscheinlich wieder dieser Schleimer rum. Ah, ne, ist nicht nachgespawnt. Da ist eine Frechheit. Ach, guck mal, hier ist auch ein Szenario. Welke Pracht! Ähm, ja, machen wir Welke Pracht. Ach, scheiße. Ich bin noch mit, äh, Rabbit Peach und Rabbit Luigi unterwegs, ne? Ne, ne, für ein normales Schlachtfeld möchte ich das lieber nicht so gerne. Welke Pracht! Erreiche den Bereich. Welchen? Ach, da rechts oben. Team verwalten, bitte. So, hätte ich's gerne. Und, ja, wie ich's gesehen, wenn ich's richtig sehe, würde ich sagen... Versuchen wir einfach rechts rum irgendwie durchzurennen, ne? Wird schon schief gehen. Ich hab nur das Gefühl, wenn wir hier, ähm, diese Blitzfässer anschießen, dass das irgendwie zu einer Kettenreaktion werden wird. Komm, crit mal ordentlich und hau den mal um. Ah, nur ein Crit dabei. Das ist bitter. Ja, aber ich denk mal, dieser Rasereiangriff wird's jetzt rücken. So, jetzt ist nur die Frage... Wie machen wir hier weiter? Mario kann schon mal da runterfliegen. Und machen, was Mario so macht. Können wir irgendwas erwischen? Guck mal, da hinten können wir sogar was erwischen. Hier oben auch. Dann würde ich sagen, machen wir beides auf den hier oben. Was angeschossen ist, ist angeschossen. Seine Haltung. Hä, schon so ein bisschen in Abwehrhaltung. So, was auch immer hier näher kommt. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall ordentlich auf den Deckel kriegen, denke ich. Sowohl von Luigi als auch von Mario. Oder wahlweise zweimal von Luigi. Oder dreimal. Seine Heldensicht. Oder sein Eisenblick, wie es ja bei ihm heißt, ist einfach so cool. Na, das wird nicht so viel bringen. Tschüss, mein Freund. Tschüss, mein Freund. So, da oben, die drei hintereinander. Das wäre jetzt auch was für ein bisschen AOE-Schaden. So, wie weit kommt er denn? Er kommt von alleine bis da oben. Wir sind eigentlich schon fast wieder da, ne? Komm, Luigi, du darfst da unten stehen bleiben. Einfach mal im offenen Feld. Und Mario und Rabbit Peach erledigen das gleich nach diesem Zug. So, sie darf auch mal heilen gerade. Mal gucken, ob wir den erwischen. Komplett. Ja, dreimal gekrittet. Hat trotzdem nicht gereicht. Das ist bitter. Let's go. So, wird schon schief gehen, oder? Ja. Hihi. So, ich glaube, dann haben wir erstmal alles getan, was wir tun können. Ja, ich glaube nicht, dass wir ihn das noch so viel nutzen wird, weil wir jetzt gleich da sind. Oh, sie hat... Sie haben Rabbit Peach runtergeschubst. Unverschämt. So, kann Mario schon von alleine reinlaufen? Ich denke schon, ne? Ähm, ja. Geschafft. Juhu. Das war schwierig gewesen. Das läuft doch wunderprächtig. Planetmünze erhalten. Wie viel haben wir denn jetzt? Man sieht es gerade gar nicht. Geschweige denn, wo wir denn jetzt weiter hinwollen. Eher nach links. Ja, da müssen wir auch nochmal rein. Da will ich jetzt aber noch nicht rein. Genau, ich will jetzt erstmal hier drüber. Da ist auch das nächste Schlachtfeld. Hört sich schon wieder nach dem vorgefälligten Szenario an. Übertragung von Madame Boastrellas vierter persönlicher Assistentin. Ihr seid alle verloren, wenn ihr nicht die Finsterzeitpfütze nahe meines Standorts auf Terraflora beseitigt. Verloren, verloren, verloren. Es gibt noch einige weitere Absätze darüber, wie und warum wir verloren sind. Aber die Botschaft ist angekommen. So ein Quatsch. Wir brauchen keine Schwindlerinnen, die uns sagt, wie man mit einer Finsterzeitpfütze fertig wird. Ich führe diesen Einsatz an. Und wer ist noch dabei? Rabbit Mario. Okay. Müssen wir ein paar Skillpunkte verteilen. Ich komme mit dir, wir geben, schließe dir ein ziemlich gutes Team ab. Ich weiß ja nicht, ob sie da auch so von überzeugt ist. Wie sehr du dich auch anstrengst. Du stehst hier auf verlorenen Posten. So, was gibt es hier zu tun? Oh, wow. Zerstöre Finsterzeitaugen. Ja, alle, ne? Dann müssen wir hier erstmal mal ein bisschen was tun. Boah, elf Punkte haben wir zu verteilen. Ja, dann erhöht die Reichweite. Ich glaube, da wir hier ziemlich viele Finster-Augen erreichen müssen. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel. Ah, ne. Kritische Treffer-Chance. Zwei zusätzliche Schläge. Ja, dann lassen wir das erstmal so. Wie viele Dinge hat sie noch? Elf. Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer erhöhen. Was haben wir hier oben noch? Nach dem ersten Treffer fügt jeder weitere 5% mehr Schaden zu. Wenn Sturmklinge aktiviert ist, nimmt Rivella 50% weniger Schaden. Ne, das brauchen wir nicht. Raserei-Angriffe. Hätten wir noch drei übrig. Kann ich hier eigentlich? Ach, hier kann ich Sparks zuweisen. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Oh, wow. Das habe ich auch Reanimont. Ach, Reanimieren. Das ist ein Spark, mit dem man Leute wiederbeleben kann. Warum haben wir den bisher noch nicht irgendwo ausgerüstet? Auf Rabbit Peach oder so. Was haben wir denn noch? Verbündete auch nehmen 35% weniger Schaden. Ja, komm, nehmen wir mal was Defensives. Was haben wir hier jetzt nochmal oben genommen? Verursacht drei Schockwellen. Aber wir müssen die auch noch leveln, ne? Also den wollen wir auf jeden Fall leveln. Okay, das bringt dann mehr Leben, wenn man jemanden wiederlebt. Den müssen wir mal ausrüsten. Das halte ich für ziemlich wichtig. Auf unserem Supporter-Heiler. Man wird auch mit Zinn. Wenn das jetzt gelevelt ist, wird man auch mit ziemlich viel Leben wiederbelebt. Stufe 5. Ah. Guck mal, das heißt, ich könnte alle Sparks noch ein bisschen leveln. Nein. Oh, das wollte ich so gar nicht. Wird an den falschen Knopf gedrückt. Und wir gehen jetzt zu Beginn der nächsten 20. Okay, aber leider nur des aktuellen Helens. Ich wollte gerade sagen, wenn das auch ein Team-Bonus wäre, das wäre ziemlich fett. Dann wäre das auch was für Rabbit Peach gewesen. So, das soll jetzt mal reichen für dieses Schlachtfeld. Wir wollen hier ja auch mal irgendwie zur Potte kommen. Und ich glaube, zwischen den Parks werde ich mal ein paar Sparks leveln müssen. So. What ist hier der Trick? Kann sie auch mehrere? Guck mal. Man kann auch. Ja gut, wenn man natürlich einen Helden hat, der oder das so geskillt hat, dass der mehrere Raserei-Angriffe machen kann, dann sind natürlich auch die Sparks ganz geil. Ähm, die Raserei-Angriffe noch einen Element-Effekt hinzufügen. Ja, aber wenn ich sonst eh nichts mehr hier machen kann. Was macht das hier nochmal? Alle Ziele, die sich in Reichweite befinden, erleiden 160% Schaden und eventuelle Super-Effekte, wenn sich eins von ihnen im Sichtfeld befindet. Verfügt über zwei Ladungen. Wir probieren es mal aus. Ich weiß gar nicht mehr. Ist ziemlich her, dass wir sie mal gespielt haben. Ich glaube auch nur in ein oder zwei Kämpfen. Achso, das ist jetzt auf der Waffe. Das hätte ich vorher machen müssen, ne? Hm, kriegen wir es nicht so hin, dass wir hier mal alle erwischen? Ja, so kriegen wir immerhin zwei tot. Dann würde ich sagen, machen wir das ungefähr so. So, was hat er noch Witziges? Wenn ein Gegner mit einer Waffe angreift, wird sofort ein Gegenangriff gestartet. Ja, machen wir das mal. Das ist so ein bisschen wie die Heldensicht, glaube ich. Achso, bei ihr ist das genauso. Aber es macht gegen so einen Topf-Goomba halt null Sinn. So, aber jetzt Gegenangriff. Jawohl. Da hauen sie einen runter, die Drecksäcke. Du darfst gerade mal das hier machen. Was macht das hier nochmal? Regeneriert zu Beginn der nächsten drei Züge leben. Ja, warum nicht, ne? Wir können ja gerade sonst gar nicht so viel machen. Die beiden haben auch eine ganz schöne Aoe-Gewalt zusammen, ne? Aber... Immer auf die Fresse. Okay, mittlerweile... Ich weiß nicht, ob er es geskillt hat. Hat er auch ganz schön angriffsreich. Weiter, dann ist es irgendwie doch ganz cool, ne? Ach, da kommt der nächste. Topf-Typ an. Ja, wir müssen irgendwann anfangen, hier auch Finsteraugen kaputt zu machen, ne? Das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Das sind ganz schön viele. So, Topf-Goomba erstmal weg. Tschüss. Da haben wir schon mal zwei. Aber ich vermute, wir müssen hier tatsächlich alle kaputt machen, ne? Zwei von 20 zerstört. Ja, sieht so auch so aus, als wenn das hier irgendwie 20 wären. Gut, man erwischt manchmal so ein paar auf einmal, aber halt auch wahrscheinlich nicht immer, ne? Na ja, da haben wir die ersten vier. Komm, wir können sich mal so einen kleinen Pilz hier gönnen. Dann machen wir mal weiter. Hier kommt der nächste Topf-Goomba. Genauso, dass er uns nicht, ähm... Raserei angriffen kann, quasi. Hier ist noch einer. Erledigen wir das erstmal mit ihr. Kann man eigentlich die Finsterzeitaugen auch mit Raserei angreifen? Guck mal, hier kriegen wir auch schon wieder zwei. Jetzt können wir mit Rabbit Luigi oder mit Rabbit Mario... Nein, können wir nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir hier noch einen Teamsprung machen. Scheiße. Ach, guck mal, aber hier kriegen wir nochmal zwei von hier oben. Was macht das nochmal? Gegenschlag. Aber ich glaube, so viele Gegner sind hier gerade gar nicht mehr, ne? Genau genommen sind hier gerade gar keine Gegner mehr. Ist das deren Ernst? Ja, das sieht auch ganz gut aus hier in der Ecke. Ich hoffe mal... Rebellina oder wie sie heißt. Kommt jetzt auch noch hier hoch. Genau. Nee, Raserei angriffen kann man nicht. Also wenn hier nichts mehr nachspawnen, wird das eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Okay, da sind mal wieder zwei Wirbel. Mit wem ist es besser, da unten zu sein? Nein, ich würde sagen... Mit ihm, ne? Können wir zumindest schon mal die zwei Augen da in der Ecke. Boah, ich habe mit den beiden nicht geskillt, dass sie so weit fliegen können, ne? Ja, das war jetzt kacke gewesen. Ähm... Irgendwas in Reichweite? Ja, nichts, was ich anscheinend treffen kann von hier oben. Was kommt da raus? Topgumbas? Nein, ähm... Wasserknechte, glaube ich. Naja. Ist jetzt auch nichts, was mir Angst macht. Die Menge macht mir vielleicht ein bisschen Angst, ne? Wenn jetzt aus jedem Portal zu... Ja, komm. Können da noch ein paar rauskommen. Es waren nicht genug, ja? Also, fünf müssen es schon sein. Also, drunter geht gar nicht. Na, guck mal, wenn das geht. Machen wir das von hier. 15 von 20 sind nur noch fünf Stück. Ja, das sollte ja wohl irgendwie noch zu machbar sein. Na, und jetzt noch die drei da unten. Also, ich glaube, selbst wenn die Gegner da unten jetzt noch stehen... ...macht das rein gar nichts. Wir aktivieren mal unser Zeugs hier, falls sie jetzt planen, näher zu kommen. Und uns irgendwie Schaden zuzufügen. So, ich glaube, mit Marios oder mit Rabbit Marios Attacken erwische ich die Finster-Augen auch von hier oben, ne? Ja, eins würde ich erwischen. Ja, und ich müsste mal gucken... ...wie ich mich mit ihr so... ...wahrscheinlich gar nicht gut in Position bringen kann. Weil sie leider alle nicht so weit fliegen können. Ich wecke es gleich mitten in den Gegnern hier drin stehen. Nein, ich komme nicht drumrum. Komme ich da hinten hin? Ah doch, es klappt. Wunderbar. Ich meine, das wären die letzten drei Augen hier. Und... ...Rabbit Mario kann jetzt von hier oben noch das Letzte erledigen. Und dann haben wir auch das geschafft. Okay, das ging deutlich problemloser und schneller, als es anfangs aussah und als es anfangs eingeschätzt hätte vor allem. Es waren einfach so viele Augen. Ich dachte, das dauert wieder ewig. Wenn ich so an die ersten Schlachtfelder denke, wo viele Augen zu erledigen waren. Am Strahle-Strand oder so. Das hat mich, glaube ich, immer deutlich mehr Zeit gekostet. Naja, wunderbar. Damit ist der Part aber trotzdem lang genug gewesen. Eine Palettenmünze erhalten. Dann würde ich sagen, Freunde, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Also, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir noch ein Däumchen nach oben. Oder wenn du halt sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.